Klar fragt man sich das. Ist das wirklich der richtige Beruf für mich? Macht mich das auf Dauer glücklich? Meine Freunde sind Unternehmensberater, arbeiten in Banken oder oft auch für sich selbst. Woher sollen sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man einem Kind helfen kann? Wie gehe ich mit Undankbarkeit um? Und wie mit Dankbarkeit? Man kann es sich nur schwer vorstellen, was es auch für einen selber bedeutet, wenn man einem kranken Kind wirklich helfen kann. In einem Team zu arbeiten, wie hier, bedeutet aufeinander angewiesen zu sein. Das ist ein wenig wie Familie und kann sich auch so anfühlen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020